Hallo, mein Name ist Frank Grunwald und ich arbeite für die Firma Alphablind. Wir stellen hier auf der Buchmesse unsere Applikation der Marke Nature Mobile vor. Dabei handelt es sich um verschiedene digitale Naturführer für iPad, iPhone und Android-Geräte. Diese Naturführer sind im Prinzip eine direkte Übersetzung eines Buches, das es als Naturführer gibt auf digitale Medien, was die Möglichkeiten dieser Bücher weit groß erweitert. Die gehen weit über das hinaus, was ein normales E-Book leisten kann. Das ist nicht nur sozusagen ein PDF oder Seiten, durch die ich blättern kann, sondern ich bekomme hier zusätzlich Töne, sehr viele Bilder, eine Bestimmungshilfe, wo ich anhand verschiedener Merkmale, Vögel, verschiedene Tiere wie Hunde, Katzen, Bäume, Pflanzen und Bären identifizieren kann. Die Zielgruppe für diese Applikation richtet sich im Prinzip an alle, die sich für die spezifischen Tiere interessieren. Wir wollen sowohl Leute, die tiefer in das Thema einsteigen wollen, als auch einfach Familien und Kinder, die halt draußen in der Natur unterwegs sind oder auch einfach mal auf der Couch durch verschiedene Tiersorten durchblättern möchten. Des Weiteren bieten alle diese Applikationen kleine Spiele, Quizspiele, Modell, die ich das gelernte Wissen testen kann und auch vertiefen kann, um einfach den User noch näher reinzubringen in die Thematik. Und wir wollten einfach mehr Interaktion bieten und einfach eine neue Möglichkeit, Informationen so zu strukturieren, dass sie einfach zugänglich sind.